Julia Siegel, 47, und Ludwig Heer, 41, haben schon viel miteinander erlebt. Die deutsche TV-Bekanntheit und ihr Partner überstanden im Jahr 2020 sogar das große Experiment Temptation Island V, I, P, und absolvierten den Treuetest erfolgreich. Auch wenn ihr Beziehungskonzept vielleicht nicht jedermanns Sache ist, sind die beiden total glücklich miteinander, und das auch schon ziemlich lange, tatsächlich sind Julia und Ludwig schon über sechs Jahre zusammen. Um ihre Liebe zu feiern, teilte die DJn auf ihrem Instagram-Profil einen Zusammenschnitt von Pärchenbildern mit ihrem Ludwig. In dem Clip wird deutlich, auch nach einigen Jahren haben Julia und der Koch wohl viel Spaß miteinander und scheinen ganz vernaht ineinander zu sein. Das bestätigt die 47-Jährige auch mit ihrem rührenden Kommentar zum Video. Auf weiterhin viele Pornos, leckeres Essen und alles andere, das mit dir so viel besser ist als ohne dich, schrieb Julia nämlich im Netz und betonte zudem, sich sicher zu sein, das allbekannte verflixte siebte Jahr zu überstehen, das nun ansteht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017